Der eine wunderschönen guten Morgen. Ja, die Sonne hat uns schon seit dem Endeffekt erwartet und hat uns aufgeweckt. Und ja, jetzt bald soweit. Wir kommen jetzt ungefähr in 20 Minuten an mit der Fähre. Und dann checken wir mal aus mit dem Boni. Und dann geht es auf die Insel. Dann geht es Richtung südlichen Teil runter. An unserem ersten Place, wo wir dann auch die Wohnung mal haben für eine Zeit lang. Ja, dann schauen wir jetzt mal. Alles, ihr Lieben. Nimmt nochmal die Sonne mit. Wo ist sie denn? Sie versteckt. Da ist sie. Ja. So ist es. Uhu, Sonne, Rai. Ich feier das total irgendwie. Also ihr Lieben, bis dahin. Ja, jetzt geht es dann in den Hafen von Holbia. Wir parken jetzt dann schon ein. Wir drehen jetzt schon langsam rückwärts. Und äh... Und das war jetzt jetzt dann unser Ankunftsort. Und da geht es jetzt dann auch raus. Ja. Wir haben es geschafft. Einen wunderschönen guten Morgen. Und los geht's. Raus geht's. Buongiorno Sardinia. Wir sind angekommen. Yo. Letztendlich angekommen in Sardinien. Und jetzt genießen wir die Sonne Sardiniens. Wohooo. Welcome Sardinia. Hey, hey. Hey. Ja. Wir sind jetzt circa 10 Kilometer von Holbia entfernt. Wir stehen hier jetzt am ersten Wohnmobilstellplatz. Und ich muss sagen, ja, also für den ersten Stellplatz, der jetzt relativ 20 Minuten ungefähr weg war jetzt, ist das gar nicht so verkehrt. Ja, unser Meili. Schaut mal an. Ist der Meili geschäftig. Ja, leo, Laura. Gut, gut. Mocki, willst du einen Kaffee? Habe ich. Habe ich dabei? Ah, okay. Ja, schaut mal. Das ist der erste, die ersten Schritte auf dem Strand. Ist das nicht genial? Hammer. Hammer. Hiiii. Hahaha. Jaha. 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 Musik 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 Come on everybody Dance, dance Hey Milo Yeah Oh yeah Milo Miley Milo Musik 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 Das war's für heute.